Einen wunderschönen guten Tag meine lieben Freunde und ich hoffe das Mikrofon ist jetzt echt laut genug. Ah, jetzt weiß ich wieso ich mich nicht höre. Ich habe den hier am Rechner das alles mega leise gestellt. Okay, scheißegal jetzt. Also, einen wunderschönen guten Tag meine lieben Freunde und vielen Dank, dass ihr hier zu diesem kleinen Infovideo eingeschaltet habt. Für die, die es nicht mitgekriegt haben, ich habe eine neue Webcom, äh Webcom, ne ne neue Webcam, die Sony Brio 4K Streaming Webcam, irgend sowas schießt mich tot. Ähm, genau. Hat eine Weitwinkelfunktion mit 90 Grad, das heißt, ihr seht einfach viel mehr von mir und auch an einer viel höheren Auflösung. Dankeschön, ist einfach schöner, finde ich. Nächstes Thema, Livestream, würde ich gerne machen. Nächste Woche, am Mittwoch, um 19 Uhr. Ich bin noch am überlegen welches Game, aber ich tendiere zwischen The Solus Project und Alien Isolation, genau. Ich tue eine Infocard hier wieder aufmachen, die sollte jetzt aufploppen, da könnt ihr abstimmen. Alien Isolation oder The Solus Project. Ich werde auf jeden Fall beide irgendwann Let's Play, äh Let's Play sag ich schon, Livestream. Ähm, aber wie gesagt, ihr kennt's ja, ich will jetzt erstmal schnell, ich muss mich ja anscheinend, ich kann nicht bei der Kleidzeit hier spielen. Genau um das geht's. Ich werde auch auf YouTube streamen. Und ähm, genau, das war's eigentlich. Mittwoch, um 19 Uhr, hier auf meinem Kanal, Livestream The Solus Project oder Alien Isolation. Stimmt ab. Ich verspreche euch, ich werde da sein. Diesmal wirklich, okay? Und ansonsten würde ich sagen, Leute, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haltet die Ohren steif, euer Nier und ciao! Die Ohren und witness Untertitelung des ZDF für funk, 2017